Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Overlord 2. Hier. Stimmt irgendwas nicht. Da wartet mich ein... Oh mein Gott. Du glaubst ja nicht, dass du mich aufhalten kannst, Ornfried Fischer! Ich werde dich zermeilen! Oh. Hm. Gleise, ich erinnere schon, was ich damit machen muss. Das mag vielleicht ein Provinznest sein, aber es ist mein Provinznest. Ist das klar? Meins! Jetzt ist ich mit der Vollkommen. Oh, fuck. Normieren Männer! Zeig, was in euch steckt! Fuck! Diese Menschen lassen sich genau wie Schergen leicht manipulieren. Der Anführer ist der Schlüssel. Wer seid dich denn? Fuck! Scheiße! Shit. Ah! Jetzt rufe ich erst mal 20 Normale. Fuck! Jetzt re... Jetzt... 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 Jetzt halten die ihre Mahn voll schon. Dann... Nun... Nimm das... Stirb. Er wird langsamer. Ich lass mich davon nicht aufhalten. Okay, jetzt reicht's. Jetzt bin ich wütend. So, jetzt kriegst du meinen Rundumschlag zu spüren. Verdammt. Jetzt spür meine Kraft. Endlich. Ich trete euch in den Arsch. Ich hab überhaupt keine Übersicht mehr. Spürt meine Macht. Ich brauch die rote Lebensenergie. Oh, Moment. Oh, da ist ja noch ein Nest. Äh, von wegen Nest. Ein Zelt. Das muss ich vernichten, bevor... ...bevor ich überhaupt an irgendwas anderes denken kann. Ja. Vernichten. Das ist der Premium-Ausblick, den ihr hier grad seht. Hab ich extra nur für euch gemacht. Oh, Mann. Das war ja jetzt heftig. Komm, bin ich zurück? Kommt so ein Scheiß. Bo... Nein. Ottfried Fischer. Ist vollkommen durchgedreht. Da drüben sind noch... Ich weiß nicht. Als ich das letzte Mal da war. Als die... An Midwinter... ...war es, genau. Ja, genau. Da drüben steht noch was. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht aus wie ein Zauber. Oder sowas. Scheiße, sie sind reingekommen. Na. Gut, darum kümmere ich mich denn gleich. Äh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Zeit ich... ...jetzt grad hab von dem Video. Deswegen mach ich jetzt einfach mal einen Schnitt.